namenlose helden jetzt einfach nur namenlose helden ist ja einfach nur durch ballern okay die siege neun gegner das kann ich ich bin wieder in den single player jetzt habe ich nämlich meine charaktere nicht hallo wenn du mich jetzt mal hier angreifen lassen so gar nicht hier war dran jetzt bin ich dran ich habe die haben sich dadurch dass so viele elementar dinge hat verwechselt waren oder auf einem fleck waren haben die sich quasi gegenseitig eliminiert auch nicht schlecht ich fand nicht die die aber auch es ist aber auch vernichtet das war es schon 2 super das war es von diesem event das war es von diesem stream das einsammeln glückliche einladung die kriegen wir sogar umsonst die kriegen wir sogar umsonst die süße ja ja der cool okay das war es von dieser folge für diesen stream dann fürs zuschauen dann wir sehen uns in der nächsten folge ab und schönen samstag und ciao